Und da bin ich wieder, hallo, zurück. Daniel, hier steht immer noch ein Jeep und ich habe übel auf die Fresse gekriegt. Ja, hast du jetzt auch Schwarzweiß? Nee, na, das ist ein bisschen. Oh, hier liegt ein Verbandsmaterial. Das können wir zumindest schon mal wieder zweimal verbinden. Ja, ich habe Verbandsmaterial gefunden und habe gleich auf die Fresse gekriegt. Boah. Alter, meiner, gerade weil der Zombie um sich geschlagen hat, hat mich gar nicht getroffen. Und mein Spieldings hier, äh, 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 weißt du? Voll Angst. Alter, was stimmst du mir ins Ohr? Das hat doch meinen Charakter so gemacht gerade. Ja, der Charakter. Ja. Ab zum Auto. Ab in die Wälder. Gehen wir nochmal schnell in den Met rein. Yeah, ja. Vielleicht ist da jetzt was gespawnt. Besser ist. Wo rennt denn das so mit hinten hin? Oh, jetzt kommt das zu. Okay. Oma dee, oma dee, oma dee. Das ist der Bauer Willi. Uh, 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 uh. Vorsicht, da steht einer um die Ecke. Meine atmet schon wieder so extrem. Ich hab ne Kiste, ich hab ne Kiste. Ne, die ist aber leer. Ey, die ist leer. Was, ey, voll verarschen hier. Ich lag dir gleich mit der Axt in den Rücken, ey. Hier ist Blut. Ah, ich hab hier auch eins, glaub ich. Ne, äh, erstmal Pinkeller. Geh mit, was du kannst. Was hast du da hinten alles? Einmal Blut. Okay. Gehen wir nochmal eins höher. Echt? Ja, ich geh mal umgucken. Oh, ich weiß nicht. Alter, es ist Tag geworden. Ich muss meine Gamma runterschauen. Ist halt Schneeweiß hier. Moment. Ähm. Option. Grafik. Stopp. Golder fette Heli über uns. Moment. Hä, hab ich jetzt so überhaupt? Ist das so geblieben? Hier ist wieder ne Kiste, aber die ist auch leer. Ah. Gehst du mal auf... Hallo? Warte mal kurz. Okay. Muss ich erst nen Baum fällen, oder was? Komm. So, jetzt ist wieder... Wir können runter gehen. ... bessere Sicht. Eh. Wo runter gehen? Ja runter. Weeeeh. Da ist ich jetzt wieder hier. Warum ich? Bing. um haben sie kommen los ja ich kann nicht hält die das ist die sind die Box und hier ist nichts drin hat sie raus rutscht an den mann sich schon wieder das war ihr links welches links das war ich muss dann eben ja macht auch ich muss die Gamma gleich noch mal ein bisschen höher machen das ist zu um ein gröner und ganz viele Zombies was hier los Vorsicht haben wir wir fahren Autos Ui was du denn und da ist voll die Wette warte warte ich muss viel mehr gucken wo fahren wir denn hin was machen wir denn jetzt du hast das zwei Blutpack wollen wir ihn hier erstmal verabreichen ja gut dann lass das mal hier in der Scheune Auto wo fährst du hin oh hier ist aber schön ne jo schön angeordnet so du musst da eine Mauer ziehen da eine Mauer ziehen niemand will hier eine Mauer ziehen ist ja gut ey da kommt schon wieder ein Zombie hinterher ne da kommt die hinterher doch da geht in dein Haus rein was alter nein nein das ist nicht was soll ich machen ich hab ihn mit der Axt geschlagen aber es hügt dir nicht oh alter vorsichtig schau mal wenn du da weiter raus gehst dann ist uiuiui vorsichtig oh hier liegen Dings komm hier liegt noch ne Moment so Machete Warte warte jetzt bleib doch mal stehen oh du kannst dir ja selbst Blut geben aber es ist doch besser wenn du dann kriegste Punkte ach quatsch scheiß drauf wie lange brauchen wir um sich selbst Blut zu geben alter Alter der hört nochmal auf bei mir bewegst dich gar nicht echt nicht? ne jetzt so bei mir schaust du auch die ganze Zeit auf einen Fleck jo oh alter oh ist das bunt ich geb dir mal Blut alter ist das bunt hier ich will auch bunt boah alter das ist wie ein Schlag ach ja schön so jetzt schnell ins Auto ohne auf die Fresse zu kriegen aber merkst du das mit dem hell dunkel? mhm ja ja ist mir aber jetzt egal bleib jetzt hier ist mir schnuppe boah ist das bunt eh wo zum Koko fahren wir hin? keine Ahnung ich kenn ja die Karte kenn ich ja auch gar nicht ja ich auch nicht unbekanntes Land für mich ja auch deswegen mag ich gerne was mhm ja da weißt du auch wo du alles findest und so klar da vorne brennt's ne? oder was leuchtet da so ne kein Feuer da ist äh die Solle? Airport ach so also so ne Kiste ja Airport ist gut weil ich brauch ne Waffe ich hab keine Waffen hm ich brauch ich doch ne bessere oh ne ah hier stehen übel Autos da an überall das schnellste ist es ja nicht hier guck mal der Jeep da der interessiert mich ich park mal unsere Karre hier hinten ach da hinten oh was machst du? rausspringen stopp stopp Auto äh Heli ganz weit weg oh es wird dunkel kann das sein? hm ich hab manchmal auch so den Eindruck aber ist ja grad erst äh oh dem fehlt ein Reifen ist ja grad erst wieder bunt ich hab noch Reifen ja ich auch aber ah ich will nicht so ne ewig lange Autokette machen die ganze Zeit nur Autos verschärbeln ist doch scheiße weißt du wie viel Karren wir denn los werden müssen? hm und du bist in die Baracke gerannt ne? ja Arschloch warum? und schon was gefunden? Klamotten liegen hier heiß auf Klamotten ich hab nur ne Axt alter du holst rum wegen Klamotten boah ich hasse Helis äh na ich muss scheiß Soldaten das ist doch ne Axt man äh ich würde auch gern schießen aber ich kann nicht blöden Penner ja wie war da jetzt nichts drin? bis jetzt nicht ne ne spawnt vielleicht noch ne ne verarsche oh ne Pistole oh mein Gott endlich kann mich wehren äh also schubs mal nicht hier äh so Klamotten könnte man auch verkaufen ne? ja aber ich glaub die bringen nicht viel was für welche sind es denn? Banditengarner so bei mir steht der Soldier ah achso ne Banditengarner hab ich schon nehm ich mal mit lange ich Platz hab ich schneid mal den Zombien in Hälfte ja mach mal Daniel Heli kommt näher mhm ja oh muss ich den jetzt? ja du sagst boink oh was steht da? warte da ist nix ne Waffe wär nicht schlecht boah oh ja das ist doch ne oh je 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 Daniel das ist ein Spielzeug hier mhm kann ich die nehmen? oder willst du die haben? ne ne sicher? was liegt denn da noch? oh Entschuldigung ein Kratzen im Hals oh ja eine meiner Lieblingswaffen ohne Scheiß das ist ich glaub das ist meine absolute Lieblingswaffe die PKP ok so hier haben wir Toolbox wenn du brauchst und hier haben wir einmal Mörtel ist auch wichtig ja aber und Motor äh Motor ist wichtig ja alles mal mitnehmen vorne liegt noch vorne liegt noch da vorne liegt aber noch was oh Munition ja ja M240 glaub ich ach find ich ich geh hier hinten raus so und jetzt? boah jetzt war es dunkel ja alter ist das finster wenn ich so nach hinten guck das kannst du ja ja richtig und da auf der Tankstelle hinter uns hat jemand gebaut hier am Flughafen hat jemand gebaut schön steine das Zeug spawnt gerade alter alter hast du auch grad hier voll die Kirchtumglocken um die Ohren? ja 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 links rechts überall sind die Dinger ne he 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 hinter uns die Kirche links und rechts ding dün ding dün oh ja da ist bestimmt ein schöner Hangar oder? eine Waffe für Daniel wäre nett boah ist das ich verstehe nicht warum die die Sonne so komisch gemacht haben dass es dann wenn man reinschaut so dunkel wird oder immer verstehe ich auch nicht ist doch eigentlich nicht typisch für eine Sonne oder? naja wenn du reinguckst dann kann schon mal düster werden weil blind oh ja das ist doch auch eine waffe zombie 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 nicht zu mir hallo spinnst du nicht schießen geh einfach das heißt wir können jetzt wieder zum auto und dann ab dafür noch mal kurz in die waffen dinger gucken ja ich glaube die sonne geht unter hau ab du scheißvieh hau herz von b dann können ich bin so schwer beladen bin ich stehen bleiben wir dann kriege ich auf die fresse da habe ich irgendwie gerade nicht so bock drauf also schon wieder die ja schon wieder glocken einem sollen wir dann ein auto ranhängen und mitnehmen oder sagst du eher nee ja wenn das geht am besten so viel wie möglich zum mitnehmen zum verkaufen ja aber wird es wirklich von diesem kleinkram leben autos verkaufen da war doch zum anfang immer so oh hier ist ein rucksack hast du vorne einen platten ne ne das ist nicht unser auto unser steht direkt neben der baracke ne echt das sieht aber genau so aus äh Daniel hier ist ne Waffe hier drin falls du willst ne mh m8 holo sd oh du hast auch so n oh alter hast du n dicken Roman Waffe du hast ne Saw ne mhm könnte sein ja ah oh Gott nimm doch die Waffe mit zum verkaufen hallo treff ich mal ich würde dir gerne aber ja los wo ist die Waffe hin eins weiter oh hier ist nochmal ein Painkiller und verkaufen sagst du ne ja wollen wir vielleicht ne Mission machen können wir auch ok das heißt ich wir schnapp uns jetzt unser Auto halt wir gehen auch hier links rein aber ich hab nen schönen Rucksack guck mal ja ich seh nichts das ist übelst ah an dieses Haus hab ich sehr gute Erinnerungen hier liegt auch im Rucksack ein Coyote ne britischer ah ja gewickelt es mich so so kann er runter gehen ja ich geh lieber hier hinten die Leiter runter im Kameradenschwein steht da auch gleich unser Auto oh 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 nein ich geh doch nicht die Leiter runter da kommen Zombies hoch ja super ich will nicht schießen ich hör's tippeln ich hör's tippeln ich hör's tippeln einmal aufgepasst weiß ich noch nicht von oben äh hallo sind jetzt ab zum Auto alter also was jetzt wenn wir jetzt noch nach nem fahrtüchtigen Auto gucken oder nicht mhm mhm da drüben ja der Jeep hier funktioniert aber ein Reifen los ich hab ja ein Reifen bei mir ja ich auch ja ich auch ich hab 5 das einzige Problem dabei ist so wie es guck der an hier warte ich guck mal ob das hier fährt ja fährt ja fährt der hat auch noch viertel voll ähm wir nehmen das kleine mit boah ja super fährt weg ey alter ich will jetzt nicht wieder Blut verlieren ah warte mal ich komm gleich wieder ja fahr du mal ich hab übelst auf die Fresse her aus Mann das ist wahrscheinlich nicht witzig so der fährt kann man auch verkaufen ja schau mal ob du ja ok dann schau mal ob du das irgendwie anhängen kannst weil ich glaube hier ist wie das System ähm kleine Autos nur und große Autos und so ja wir sind im Alter die Zombies will ich immer ein bisschen minimieren hatte ich mich jetzt in der Autobahn bis du fertig bist los fahren mit Zombies um ja was ist was ich tu ja ich würde nur ja du arsch ja 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 ich glaube es ist ja nicht ja jetzt so du bist ein penner ne hallo komm mal her das geht nicht okay vielleicht so rum vielleicht muss ich ja dass hier das geht auch nicht okay genau davor stehen ich warte auf diese weiße schrift das steht es geht nicht kannst du nicht wenn man nicht und das heißt jeder kann nur eins mitnehmen es kann jeder nur eins mitnehmen aber es gab ja auch schon mal es geht nicht wie konnte die kaum musste nehmen also und dann es gibt und kannst du nicht das heißt der einen den krankenwagen der andere den grünen so und jetzt waren wir zu einer mission oder mir egal wir können aber auch den einen grünen stehen lassen absperren was meinst du dann fühlen wir doch nie wieder meinst du sieht doch alles kann man sieht doch alles so gleich aus okay das heißt wir nehmen die mission es gibt president in town uiuiui muss aber bedenken sind zwölf spiel auf dem server da wird sich bestimmt einer bei der mission rundum und military chopper ist da ganz oben werden kann man zum chopper oder ok zum schildern meter ja ja helikopter jans ilgen die gelbe oder du willst die schwarze wie du willst die schwarze ist glaube ich ein bisschen näher ja dies aber auch aber da gibt es halt geld ne ohne ende bei der schwarzen dann gehen wir zur schwarzen ja das sind aber auch spiele moment ja werden da oben auch sein ähm irgendwas gerade mit sniper mission ach keine ahnung 2,7 kilometer ja halt stopp bremse stopp 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 jetzt noch mal gucken der hut nicht was sie gucken wo wir langfahren so hier rechts dann links und die zweite ausfahrt dann wieder links das soll ich mir mal merken dies auf dem anderen server daniel hatte ich hier 10 fps auf dem anderen server ich glaube ich muss auf die karte gucken ui ui so dann hier geradeaus ok wenn du sagst spiel alter ich komme nicht rum und hier ist ein einkaufsmarkt jetzt kam auch nicht rum um die kurve ist auch so fett kommt es nicht um die ecke ne wie ich alter der wutsch muss über den bach fahren dort ja verdummer vormacht zuerst nee da wird uns stecken er bleibt es sicherlich nicht weiter und zurück ja okay hätte sein können ist halt ein bus alter das straße hier gebaut alter aber auch besuchen die haben die nur so jetzt ist es wieder so dunkel weil ich dachte es gerade wer bist du denn jetzt hier die straße bleiben oder warte 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 ich bin schon richtig schon richtig okay alter das ist ja na ist hinter mir ich hoffe ich ja doch ich muss gerade nicht mehr gesehen kurz wo er hier ist ja und schiffen auf der wiese wo ich fast unser Auto geschrottet ich bin da hinten in die Lagerhalle reingeflogen da links war ein Bitterauto Alter Alter bremst doch mal was machst du ja die Bremse von denen sind nicht mehr die Besten hochpassen sieht man schon wieder kaum Mott hier aber ich kann dich auch nicht mehr sehen oder was meinst du nein ich muss dir auch passen wenn du mich hier links runterbiegst dann ist es vorbei ja Alter das sind auch noch so kack schlangen liegen Alter hehehe ui 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 bau oh das ist gefährlich ja ich glaube nicht dass du vorfährst halt und pass auf hoch Alter oh gibs rum in komm oh ich ich sehe nichts wie soll ich denn dich überholen Hast du doch gerade. Oh, halt, stopp, halt, stopp. Oh, hier ist so eine Kiste. Öl, ey. Das bedeutet aber, ich muss meine Waffe schnell ins Auto schmeißen. Und ich mach schnell mal einen Schnitt und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.